Darf man seine Haare schwarz färben, weil ich gehört habe, dass man das nicht machen darf? Dann, das ist erlaubt, dass der Mann die Haare schwarz färbt, für den Mann und für die Frau. Für beides ist erlaubt, dass sie die Haare schwarz färben. Nur bei dem Mann sollte er es nicht machen, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat und schon grau oder weiße Haare hat. Warum? Weil das nicht natürlich aussieht. Wenn du einen 80-jährigen Mann hast, der dann mit knallschwarzen Haaren kommt, das sieht einfach nicht natürlich aus. Aber es ist nicht verboten. Und es gab viele Sahaba, die sich den Bart und die Haare schwarz gefärbt haben. Auch im jungen Alter.